Hallo und willkommen zurück zu Ghost Raccoon, in der ich verzweifelt versuche gerade bei meinen Kumpels hier zu spawnen, wenn das Spiel sich fleißig dagegen weikert. Ja schon wieder. Boah, das gibt's doch nicht. Ich klicke doch den Dirk an. So, unsere Schnellreise. Wo ist der Typ? Eine 1,5 Person auf dem Dach. Den habe ich schon weg. Nein, der ist noch da. Ach, da hinten, naja, ich seh's grad. Mein Gott, die Waffe scheiße. Versuch auf den Turm oben zu kommen. Wir sind sonst nicht weg. Nein. Weg mir am Arsch, ey. Nee, danke. Der lässt mich nicht bei dir spawnen und Koran liegt das. Muss ich hier erstmal aus dem Lager raus, oder? Ja. Der lässt sich immer... Immer in Sicherheitsabstand spawnen. Ja, aber der lässt mich die ganze Zeit im Lager spawnen. Ich geh mal aus dem Lager raus. Also ich bin am Traum. Ich geh den jetzt raus. Ich geh den jetzt weg holen, ne? Sei, passt weg. Der ist auch weg. Da ist noch eine. Da ist der Raketentyp. Wir haben. Der Huren. Weg. Oh, wir haben alles frei. Nein. Ne, hier waren noch mehr, glaub ich, oder? Oder... wer spricht hier? Keine Ahnung. Heißt das nicht, dass da welche da sind? Ne. So weit sein könnte das auch. Ich dachte eigentlich, ein Helikopter würde schneller fliegen. Die kommen nicht auf den Helikopter an, sondern auf den, der fliegt. Da waren noch zwei. Schießen kann der Helikopter aber nicht, ne? Was kann der nicht fliegen? Schießen! Nein. Nicht jeder kann das. Ich bin aber unser alter Turm. Also irgendwo muss man da sein, glaub ich. Wie landet man mit dem Ding? Äh... Trong. Bitte? Trong. Wat? Die Stron, da ist der SDRG. Achso. Da kommt ein Helikopter. Ist ja gut, dass ich in einem Helikopter sitze. Äh, verwechselt mich nicht, ne? Also ich seh keinen gerade. Da kommt aber noch einer. Einen Handgriff hab ich gefunden. Boah, hab ich scheiß geparkt. Mann, jetzt hängt der hier fest, oder wat? Hahahaha. So. Okay. Aus mir wird kein Helikopterpilot. Gut. Ich hab mir jetzt natürlich auch wat Schwieriges ausgesucht. Na? Haben geparkt. Hehehehehe. Ja, der wollte mich ja einfach nicht spawnen lassen. Da dachte ich, dann nehm ich den Helikopter und flieg eben bis hier. War nicht die schlechteste Idee, oder? Ja, ist falsch. Ja, man muss ja gucken, wo man bleibt. Die Hose sieht cool aus. Die Hose sieht cool aus. Die hat man schon in den 70ern getragen. Da kann ich jetzt nicht mitreden, aber... Gar nicht. Der Matzer. Ich behaupte das jetzt einfach mal so. Die Kisten, die auf meiner Web noch angezeigt werden dürfen, ne? Ja. Die kann ich doch finden, oder... Also die, die ich gefunden hab, verschwinden, oder... Wie ist das? Ja, die, die, du... Die normalerweise kannst du dir nicht mehr holen. Ja, ich bin ja ein super Geheimagent, da kann man sowas. Da ist Rubschrauber fliegen. Nein. Vom Handy abfotografieren. Du 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 du. Wo ist denn die Kiste hier? Eine Kiste brauche ich noch, so weit ich das jetzt grad hier sehe. Ah, Kiste. Die ist oben auf dem Dach, so weit ich das jetzt. Mein Gott. Hast du schon mehr Ausdauer, oder... Oder ist dann auch so, äh... Ähm... Betzer. Ich hab einen Handgriff gefunden. Das heißt, ich hab jetzt zufällig die Mission erfüllt. Geht's denn hier schon wieder runter? Ah, da war's. Ich sag, da könnte ruhig was genauer sein, hä. Sagt Bescheid, wenn ihr losfliegen wollt, ne? Da komm ich zum Helikopter. Zum Helikopter. Ja. Ich hab uns ein Helikopter mitgebracht. Ich denke, wenn ihr schon da ohne auf mich verzichten müsst, ne? Und ich das ganze schuld bin, da bin ich ja wenigstens Helikopter schuldig, oder? Ja, hier steht zwar so auch einer, aber ist okay. Ja, das konnte ich ja nicht wissen. Ja, du bist doch dran vorbeigefahren. Du, das zog alles so an mir vorbei. Das war völlig uninteressant, was da war. Ich dachte einfach nur, oh, jetzt durch, durch. Guck, dass du da durchfährst. Aber ja gut, hat nicht ganz geklappt. Bis zum Ende bist du ja gekommen. Ja, ja, bloß da war ja ein komischer See im Weg. Echt, ganz ungefragt. Steht da ein See mitten im Weg. Da sind zwei Kisten. Es steht ein See auf dem Flur. Ja, ja, ein See auf dem Flur. Na, das ist blöd, das Lied. Jetzt habe ich auch noch umsonst. Ich habe noch umsonst gestorben. Auch nur umsonst den Helikopter mitgebracht. Jetzt bin ich deprimiert. Mal gucken, wie er auf den Dach kommt. Ich bin der Weg außen hoch. Mein Gott. Ich brauche ein Sauerstoffzell. Ja, ich brauche. Gute Nacht. Ich könnte jetzt eigentlich schon mal die Zeit nutzen und eine andere Mission raussuchen. In der Theorie. Wo ist der Aufstieg hier, Sven? Wo war es für... Da! Ja. Komm, komm zu mir. Warte, komm hier hin. Da, wo... Da! Ich habe es gefunden. Ich muss nur ums Gebäude laufen. Der explodiert ja gar nicht. Der explodiert nicht. Da ist der Gastank da vorne. Das ist halt nur eine Kiste. Ich glaube nicht. So. Ich habe schon einmal eine neue Mission gewählt. aber ich habe es jetzt nicht an kann ich finde mein helikopter aber schöner beide fliegen von daher weiß man sich kurz gucken habe ich alle eine kiste der ist bewaffnet aber ich finde man es trotzdem eine kiste fehlt da kämpft man sich hier durch und alles was man kriegt ist schimpf und schande also ich habe alles jetzt habe ich auch alles extrem erhoben also von mir aus können wir jetzt kann für mich das auch ich habe nur halt eure mission jetzt kommen wir auch wollen wir denn den heli nehmen der hier steht und nicht meinen den ich mit viel mühe da auf die kisten aufgesetzt habe mit viel viel mühe und ich überlasse das fliegen jemand der es kann so genau ab geht die body ok den gelben punkt sie ist auch ja ich muss auch annehmen warum habe ich auf einmal panische angst ich weiß es nicht ist irgendwie so eine reaktion von mir ich habe es nicht so eine reaktion des haupteinsatz nebeneinsatz haben wir ja gemacht da müsste ich ja müssten wir erst mal zum lager zurück einen neuen hauptein einsatz holen deswegen habe ich jetzt den haupteinsatz das ist ein bisschen was ein bisschen irritierend ist dass der pfeil auf der karte nach rechts zeigt weil ich an der seite sitzt das ist so richtig so auf der art so hallo hier bin ich schießt mich doch ab muss ich da ruhig vorgehen oder einfach das ist die mission eben ich weiß auch nicht was die mission ist das ist kein ausblick so freeport ist nordöstlichen teil der region smuggler coast befindet sich an der küste nördlich des old history lake dort gibt es einen leuchtturm den man von weiten sehen kann die mission ist einfach nur erreichen sie freeport spaß mit raketen der fliegt weg keine angst okay das war knapp aber passte da müssen wir hier quatschen gehen da ist ja mit einer quatsch ich tue ihnen nichts märz schickt mich sie sind selbstversorger naja ich ich arbeite für scale tech märz ist dein freund als sentinel anfing leute zu verhaften hat er uns geholfen warum schickt er sie da kommen welche da hast du versprungen ja ich kann die boote zu diesem schiff und mit verstärkungen zurückkommen klingt auf jeden fall besser als mit dem boot bis nach orkland zu fahren was ist mit dem heli das muss ich noch rausfinden haben sie ihn verloren und meine tochter hat mich sehr ich bin nomad wissen sie da war noch ein soldat er sagte sein name wäre hill josiah hill ist er hier nein er half uns den männern von sentinel zu entgehen aber er wurde verletzt nicht sehr schwer wir ließen ihn bei diesem fischerei gebäude links da ich glaube ich weiß was sie meinen ich hole ihn ab wenn ich zurückkomme ok was ist das ich hab's ich bin ja fast tot mit schwarm warum hab ich denn schüttet jetzt ach du sehr tödliche Brüder hab ich ja versucht nur ich muss erst kurz ein Video rauskommen führt mich ja drohen schwarm achso wer soll ich das denn auch wissen warum liegen hier jede menge leichen habt ihr irgendwas mit einem gespräch gemacht von dem ich wissen müsste ja ja nicht freund oder feind ach wie ein witz ach hier sind auf jeden fall jede menge Kisten das ist ja schon mal schön auch ausdauern ausdauer so irgend so aber gut ja auch ausdauer bist du auch hab ich aber nicht gefunden Was ist der nächste? so ich wusste mich mal gerade um ist jemand anders quatschen gegangen oder was ja was zum teufel war das ein moment diese leute diese leute das muss eine ein neues sicherheitsprogramm sein was für eine riesen scheiße das waren objekte keine riesen scheiße nichts kann diese insel betreten oder verlassen solange es aktiv ist das muss auch den heli abgeschossen haben nach hause ich auch meine kleine hören sie helfen sie diesen leuten und bringen sie sie hier weg was niemand wird sie retten es ist kein krankenwagen unterwegs sie müssen fliehen sie müssen nach okay ja kommen sie mit uns ich suche meinen freund her das fischereigebäude war ein rückzugspunkt vielleicht sind dort noch mehr soldaten viel glück glück die glück abgeschlossen irgendwie ist alles weiß und hell und leuchtend der hatte den kanad ich will auch so eine flasche haben hast du wo vier musst du drücken vier bis das unten unter deinem das kann was kann was kann die kannst du trinken ich habe deo ja du stinkst das ist auch nötig so woher müssen wir jetzt irgendwas von fischereigebäude hat er ja gesagt aber irgendwie ist nichts neues gekommen ja das wundert mich auch gerade und ich gehe mal kurz in jürgen wirken nein ja grüßen mir so also wir können dieses co dings da können wir machen zurück zu den anfängen fängs kelle soll man finden reichen sie die wohnanlage long valley skelle hat eine villa im südlichen teil der region new agley es befindet sich in der wohnanlage long valley südlich von swine mountain swine mountain wir haben aber auch fraktionseinsätze also was machen wir fraktionseinsätze hast du gesagt das was sich am meisten lohnt für uns ok ja dann ja wir können weiter die hauptmission folgen ich glaube wir folgen erst mal weiter der hauptmission so das geld finden so eingeloggt ich muss jetzt mal die ganzen ausrufezeichen beseitigen so das ist sehr unbeschicktes super so ich kann jetzt mit dem fallschirm abspringen so da hast du irgendwas beschossen auf jeden fall sieht aus wie ein heliport ich glaube gerade etwas auf unsere aufmerksamkeit ich weiß auch nicht wieso ich das glaube vielleicht wegen der ganzen ausrufezeichen die auf einmal da unten sind verstärkung angefordert ja das war vielleicht nicht ganz so geschickt doch doch für uns kommt Verstärkung so ich glaube du musst höher steigen um über den berg zu kommen ich weiß nicht wir haben ja schon wir haben ja schon wir haben ja schon Schon in so einer eigenen Welt gerade. Auch wenn man ein bisschen viel unterwegs ist und wenig tut. Ja, das ist weil man mit dem Hubschrauber unterwegs ist. Ja und ich finde für den Hubschrauber ist das Ding echt langsam. Ist ja auch kein Düsenjet. Und ich tüsche, 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 tüsche in Klausisch. Das muss ich noch mal hier ein Stück ohne nachzuladen. Kann man hier jetzt aufzuhören? Ah ja, geht auch. Okay. Kann ja nächstes Mal aufrüsten, wenn wir fliegen. Boings. Einfach rein da oder? Ja, natürlich. Ähm, landen. Das wäre ganz gut, glaube ich, wenn du nicht auf uns aufmerksam machst. Äh, ah, alt, alt, wo willst du hin? Ja, ich will hier landen. Da vorne ist auch ein Heliport. Ja, aber mittendrin. Nee. Nein, okay. Kein Kamikaze ist ja schon gut. Nicht so wie immer. Direkt hinter uns ist Gegner, ne? Unterwegs. Was? Dirk gemacht hat schon. Ja, ich will aber nicht alleine das Familien überlassen. Abster. Was müssen wir jetzt hier machen? Ich musste gerade diesen Scale finden. Okay. Das ist denn das Blaue da oben. Auf dem Heliport sind auf jeden Fall, hat da schon jemand geschossen? Ja, ich habe da schon einer geschossen. Drei Stück, um genau zu sein. Du warst sicher, dass das Feinde waren? Nö. Aber tot sind es jetzt trotzdem. Erste Dach ist frei. Unter dem Heliport ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Jetzt Fitnessraum, Dirk. Unbilliger Traum. Wir laufen ein paar Leute rum. Ja, mach mal. Okay. Halt mich schön zurück. Warum? Er macht Ralf alleine. Wer? Ja, du. Er macht Ralf alleine. Oh jod. Ja. Ja. Wir müssen ein bisschen warten. Ins DDR5-Ges attendance herunter sich. Oh. Ich muss die... Vielen Dank.